Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Bar in Südafrika sind 15 Menschen getötet worden. Der Vorfall ereignete sich in Soweto, einem Township von Johannesburg. Mehrere Angreifer schossen dabei wahllos in die Menge. Das Motiv ist zurzeit unklar. Der Zwischenfall ereignete sich etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht. Das ist eine amtlich zugelassene Bar und der Vorfall passierte während der regulären Öffnungszeiten. Was wir bisher wissen ist, dass die Angreifer in die Bar kamen, während die Menschen sich amüsierten. Dort haben die Angreifer wahllos auf die Gäste geschossen. Das Motiv ist bisher unklar. Die Ermittler arbeiten aber intensiv an der Aufklärung. Die örtliche Polizei fand zwölf Tote am Tatort. Elf Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, drei von ihnen erlagen später ihren Verletzungen. Wer den Angriff verübte, ist noch unklar. Bisher gab es noch keine Festnahmen. Die Ermittler sammeln Informationen und Zeugenaussagen, um den Fall zu lösen. Wir hoffen, dass wir mit der Unterstützung der örtlichen Community den Vorfall aufklären können. Ein weiterer Angriff hat sich am Samstag auf eine Bar im Township Sweetwaters in der Nähe von Pietermaritzburg im Osten des Landes ereignet. Dort kamen vier Menschen ums Leben. Auch dort drangen mehrere Männer in ein Lokal ein und feuerten wahllos auf die Gäste. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Gewalttaten konnte bisher nicht nachgewiesen werden. In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen. Von Januar bis März wurden, der Polizeistatistik zufolge, mehr als 6000 Menschen getötet. Etwa 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.